So leicht sind dir die Regeln, Alter. Ups. Also, gegen wen muss ich... Er hängt hier immer noch an. Leute, da hängen zwei. Ja, oder? Moment mal. Also, sind es nur noch wir beide, oder was? Lukas, ich habe dir ein Video gesendet von meiner Perspektive. Guck dir das mal bitte an. Ja, das würde ich auch gerne sehen, aber... Du bist halt auch Traitor, oder was? Ja, bin ich auch, Mann. Leon, du bist so ein Wichser, Mann. Erb, haut mich einfach hier oben ins Nachtbuch. Dann habe ich noch das Death Note rausgeholt, damit ich ihn wenigstens töten kann. Er hat auch verdient, der Lappen. Und dann musste ich noch den Verdacht auf Nico lenken. Ich überlege gerade, wie ich ihn lustig kille. Ich suche irgendwie so ein Messer, oder kann man ihn nicht wegstechen, oder so? Ich kann dir ein Messer droppen, warte, ich kann dir ein Messer droppen. Granate, äh, Diskumulator. Kuso als Maul, du bist tot. Altyp, breff, ey. Wird's schlägen, oder was, du bief? Warte, ich hab' Boomerang. Ah, gut. Ja, komm, beenden wir das einfach. Toll, wenn du ein Gott bist, weil Tollge ein Gott ist, was ist schon. Ein TTT-Gott. Wen, wen habe ich denn da gerade so aus dem Leben gehauen? Warum darf Helge einfach Leute einfach so anschießen? Ich weiß, aber ich bin dafür, dass wir ihn gleich kicken. Wer ist überhaupt Helge? Hä? Ey, Annel, Annel. Ja, Helge wurde gesagt, ja, Nico könnte es sein. Was macht er? Nico, halt doch mal, nicht, dass du das so mal Ding auskriegst. Ja, hier gibt's einfach Chris Supervieh aus Crossfire, Alter. Also, was ist denn, Tollga? Das geht irgendwie zu weit. Was hat er denn gemacht? Hey, gib's den PUBG auch. Also, vielleicht ist er mal Vector. Ja, ich, wenn er das nochmal macht, mein... Heißt das, wie steht das V? Ich weiß, wie steht das V vielleicht für Vector? Hey, nein, nein, auch. Also, ja, ich glaube, wahrscheinlich schon, ne? Chris Vector ist das Ding hier auch. Annel hat der Zockphänomen gelöst. Mach den ganzen Lern. Überleg gerade. Die haben beide gegenseitig geschossen. Alter, was ist passiert? Ich habe hier 5 SPs, Alter. Ich will Kruse-Random-Killen. Hallo, was passiert hier? Ich habe 2 FPS. Ich habe 2 FPS. Was ist denn Magic 6 da? 1 FPS? Gleich bleib ich da komplett stehen, Alter. Nein, es war nur ein Joke. Und da ist es. Exquisite sniped. Und da ist es. Okay. Warum leckt ihr alle? Warum lecken wir alle? Das ist... Hallo, Lollgamer. Tett mal wieder heilen. Okay, also Lollgamer ist anscheinend gerade gestorben. Leon hat ihn getötet. Warum? Wieso? Wo seid ihr denn überhaupt? Genau, warte auf. Leon, ich wurde weggestoßen. Ja, wie er lacht dabei. Ich glaube ihm kein Wort. Wer war Leon nochmal? Du musst das voll zu speck. Er heißt... Leon war BK Leon. BK Leon, ja. Also Burger King Leon. Echt? Na, okay, gut. Oh, Leon, ich mag dich. Leon, warum hast du ihn getötet? War noch mal. Leon, ne, Zorga? Ja, hat dich angeschossen? Luca? Ja, hab ja. Was der für uns verloben ist. Du hast dich angeschossen. Du hast dich angeschossen. Du hast dich angeschossen. Du hast dich angeschossen. Du hast ihn erschossen. Was? Nein. Du hast dich angeschossen. Ja, aber ich kenne keinen Beschluss. Du meine Waffe, Alter. Du bist so ein Hurensohn. Du bist so ein Hurensohn. Okay, Helge? Helge? Kuzu bist so dumm. Warum hast du ihn getötet? Hab ich nicht. Komm her, guck meine Waffe. Komm her, guck meine Waffe. Der ist doch tot. Na, er ist doch tot. Komm her, aber guck meine Waffe. Guck meine Waffe. Guck meine Waffe. Guck meine Waffe. Ja, chillt man hier. Ja, weil du auch vielleicht gerade Badmode zu laufen hast. Keine Ahnung. Man, das ist eh Lukas. Ja, Lukas ist es. Lukas ist es. Ich hab nichts gemacht. Ist Lukas... Lukas muss es sein. Lukas muss es sein. Lukas muss es sein. Ja, klar. Das ist so lächerlich, Alter. Aber okay. Ich check halt eh nicht. Also auf Lukas oder was. Ist halt eh egal, was ich mache, weil ich hänge eh fest. Aber was hängt hier denn? Ja, ich verstehe nicht, wie dieser Wend funktioniert. Ich flieg die ganze Zeit hoch runter und komm nicht von der Stelle. Ey, da fliegst du hoch. Und außen fliegst du ab. Hey, warum stürze ich jetzt ab? Und wie komm ich hier raus, Alter? Ist Lukas? Irgendwer schießt auf mich. Ja. Kuisit? Hä? Ja, wie sie da zu dritt geiern, Alter. WTF? Ich muss weg. Ist Lukas jetzt T? Ja, Lukas. Okay. Und klar, mein Ping ist wieder der einzige, der stark ist. Weißt du, alle so unter 100, ich so fast 200. Das Raltleon natürlich bis zum letzten Mal. Ey, ich hole drei Leute mit einem Schuss, weißt du? Und er kriegt drei Hits mitten in die Brust und stirbt nicht. Neu. Der laggt auch nicht so. Ey, warst du auch nicht beim ersten Schuss? Ey, kannst du dich auch nehmen? Ich war das, ich war das beim ersten Schuss nicht. Mann, ich wollte, Lukas hat dich random killen, sonst direkt am Anfang, aber ich war mir zu sicher. Ja, sonst wäre ich auch direkt wieder den zerletzt. Hallo? Lass mal dringetappt bleiben, Alter. Hä, ich bin nicht rausgetappt, du Affenkopf. Echt? Ich glaube, ich für 400er Ping hab, Alter. Ja, weil du Lappen bist. Mann, fuck, warum? Weil deine Pampus-Leitung kacke ist. Äh, wieso bin ich Detective? Alle haben normalen Ping, außer er, Alter. Wieso bin ich innocent? Ich will Leute killen, Alter. Holger? Hm? Ich hab dich voll doll nie. Lass mal lieber Counter-Strike spielen, Alter. Nein, Holger sind da nicht dran. Ja, wir spielen besser. Oh, was bin ich? Ich geh voll kappt. Und wer, 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 wer hat dich dran? Da hat eine Molo drin. Da ist, da ist einer gestorben. Da ist einer gestorben. Entschuldigung, ich hab ne 400er Ping. Da liegt ne Leiche. Ja, dann lock dich aus, Alter. Ja, wir haben auch zu heilen, bitte. Da fliegt auch jemand. Hier ist ne Granate geflogen. Von exklusiv, glaub ich mal. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil behaupte ich gerne. Ich hab ein bisschen Angst vor dir, Lukas. Wieso? Nach den Aktionen eben. Er macht auch Spaß. Oh, jetzt komm ich nicht drauf. Nein, ich hab viel verloren. Hallo, komm. Ach so, wenn ich nach oben gucke, flieg ich nach unten. Wenn ich nach unten gucke, flieg ich nach oben, oder was? Naja, kein Plan, Alter. Ich hab, ich häng die auf. War der Trait? Ne, okay. Ne, für Lala. Häng die mal. Ey, warum kann ich mich jetzt so... Wer... Wer hat die geschmissen? Ich hab sie nicht mal geschmissen, Junge. Ey, wer hat... Natürlich hast du... Wach wieder geschmissen. Ja, ich hab wieder geschmissen. Ja, ich hab wieder geschmissen. Ja, ich hab wieder geschmissen. Warum stehst du noch? Ja, mein Bruder... Mein Bruder... Ich geh nicht immer runter ran. Ich hab... Verhalten, weil ich sieben weißer. Boxy weg, Kuso. Boxy, boxen richtig die Fresse, Alter. Huchensot. Macht sich was? Ja, nur Freaks hier. Tim Legt tot. Also Lukas... Meiner Meinung nach ist es immer auch Leon, aber... Ja... Also ich sag mal, der hat eine Hinze auf mich geschmissen. Hab ich immer noch nicht. Exquisiti ist auch noch da, ne? Helge schießt auf mich. Helge. Irgendwer ist gestorben. Wer ist Helge jetzt nochmal? Exquisiti. Identifizieren doch erstmal. Identifizieren... Ich hab Exquisiti gekillt. Warum auch identifizieren, ne? Holy moly moly. Äh, hier ist noch einer. Warte, Yannick, ich nehm ihn weg. Ach, du bist das, Loll. Warte mal. Pack mich nicht an! Ich glaub, Lolli ist es, weil der snackt sich hier grad den Körper von... Ich hab 18 HP! Ja, kein... Wo gehst du denn mit dem Körper hin? Wiederbeleben, oder was? Ja, hier, der liegt. Hier willst du ihn wiederhaben. Nö, ich will nur nicht, dass du den hast. Hä? Ja gut. Ich wollt einfach nur nett zu Yannick sein, aber wenn du meinst... Scheiß auf Yannick. Ja gut. Ich hab grad Exquisiti und Leon gescannt. Und beide waren Inno. Ja, fuck. Dann hab ich wohl einen Inno gekillt, ne? Davor hat der ja einen... Ja, dann ist es Nico. Wer ist Nico? Ich denk's dir Anne. Der ist auch... Der hat auch eben die Leiche von dem Typen da mitgenommen. Ich komm grad nicht auf den Namen. Äh... Das war mir schon ein bisschen suspekt, weißt du? Äh... Schön, schön, schön. Wie gesagt, Lukas, ich hab ne Insel abbekommen, bin jetzt auf 18 HP. Ja, okay, okay. Ja, Tolga ist es, der stachelt schon wieder. Stachelt. Stachler oder Pokémon. Ja, oder stichelt oder whatever. Stachel gerne. Du bist tot, Ruhe. Ich fresse. Oh, halt der Maoku so. Fein. Das ist leck so, man. Oh, komm doch hier einfach, eins gegen eins. Ich komm bis hin. Was ist mit Nico? Lebst du noch? Soll ich wirklich kommen, ja? Ja komm, du weißt, wo ich wohne, Alter. Mann, seid doch mal leise jetzt hier, Mann. Gleich kein Bock mehr. Tolga, hast du Nico getötet? Lass mal den mal CS spielen, Alter. Und da dann TTT, Alter. Tolga, hast du Nico getötet? Wo, du spielst einfach CS? Und da spielen wir einfach von der Fall. Wer ist Nico? Du hast Nico getötet. Gibst die an. Fick sie an? Ich glaube, es ist Tolga. Ja, ich erkenn' das auch. Hey, Ennis lebt da noch? Nein, 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 nein. Weil ich die Allarten abbruch' hab'n gerade. Vier, Fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Mit nem Kiel sind wir zwölf. Jetzt können wir sechs gegen sechs zählen. Tolga, ich töte dich jetzt, wenn du kein gutes Argument bringst. Kein gutes Argument? Ah, alles klar. Ja, du musst... Pass auf, ich hab die Leiche. Ich komm nicht hoch oder runter, oder? Ich hab Nico. Es ist hundertProzentig, Tolga, es ist hundertProzentig Tolga. Natürlich. wer ist das da ich habe ich habe nicht killen wollen ja ich weiß aber ich wollte halt warten bis er schießt ich habe die entwicklung nicht auf dich geschnitten welcher aber bei toll ist das eigentlich relativ einfach weil der redet einfach nicht außer wenn der tracer ist gefühlt ich meine dass ich sie geworfen war nicht klar das heißt der wir hätten schon gestorben schon gestorben noch einer hat gerade links getötet was sagst du bin habe ich getötet du hast ja okay komm her ich habe eine bombe auf ihn geworfen ich wollte das nicht ich dachte ich dachte ich habe das ist mir scheiß egal ich habe eine bombe auf ihn natürlich etwas auf mich ja da kommt da kommt einer da kommt einer folge erschossen weiß aber dann der typ der typ schreit einfach nur rum also kuso schreit immer nur unnötig rum ich kenne es mann anis habe ich dich man locker du hast mein kill gestealt anis habe ich dich gekillt gib mir irgendein zeichen ja ich werde abgeknallt ich sehe absolut nur rot mein bild ist komplett rot wie gesagt kursen kuso ist ein wichser sag bitte bist du der letzte eins gegen eins man rede doch man ich habe dich doch gesehen ja junge bei mir ist alles rot am blinken ich sehe gar nichts weißt nico was denkst du denn was passiert wenn du jemanden umbringst ennis und kuso da gab es aber gar keine abstimmung im terror team hier umgebracht hast du ihn trotzdem ja wollte ich natürlich ennis habe ich dich gekillt nein ich habe doch minus geschämt ja aber ich habe den ersten schuss gesetzt ja aber ich habe den ersten schuss gesetzt ich habe noch keine gefunden ich habe auch einen sniper bin ich essenziell ich bin detektiv wie viele haben denn hier eine sniper drei leute vier also ich habe also ich habe noch keine gefunden ich habe noch keine gefunden ich habe noch keine gefunden lea was ich auch gerade gekommen komm mit au hey alles klar ja lucas 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 nein ist fake ist fake da hinten ist geballert nico ist es nicht ja lucas ist es er mich angeschossen ja lucas und baumlords ey ne das wäre jetzt voll unfair weil ich habe schon vier leute gekillt wo ist denn lucas hab ihn mann tolga du bist so scheiße alter ich kill vier leute was für zu früh einfach abdrücken was für zu früh einfach abdrücken mach mal minecraft weißt du vier klicks vier kills alter was ist kari kakari eigentlich das ist diese zelda map da einfach mal wohnen weißt du eigentlich hätte ich wissen müssen eigentlich hätte ich wissen müssen dass es lucas ist als ich schon gehört habe ja das ding ist bei mit mir ihr wisst immer sofort wenn ich traiter bin weil ich immer die sniper habe also wenn einer durch sniper gekillt wird dann bin ich eh ich habe eine ganz normale scout gehabt wer hat er leon ja ja lolli nettes video da steckste in der wand da sei dank wem dank leon easy wallhack nach wem ist was ja du hast mich in die wand gepackt du arsch das ist ey komm gerrit du kannst nicht sagen dass es mit absicht war ne fliegt voll gegen mich ja ich wusste nicht mal wie ich hoch komme und zweitens das mit der inti ich war das nicht mal ne das war helge ja ich werfe auch keine granaten einfach nur sniper einfach killen ja wenn leon geht dann muss jetzt aber helge auch gehen ich brauch mal einen kompetenten kompetenten trader kollegen hier ja es geht bei den zusammenwand das warst du hallo ja ich er ist nett auf einmal obwohl genau das untersteht und kompetent hm das die volker umbringt von allen gegnern ja ja ich möchte ja mal anmerken dass du mich hasst ja weiß ja das kann ich sein doch er hat mich jedes Jahr zwei mal hinter der traiter war als erstes getötet Du bist auch ein einfaches Opfer Junge, ich seh euch nicht, ich seh nur eure Köpfe und lass klicken Also das hat nichts mit euch zu tun Ich hab gerade wieder reingetappt, wer stupst mich jetzt an? Juckt mich nicht, halt einfach deinen Maul an Ich weiß was ich jetzt mache, immer wenn ich an Lukas sterbe werde ich ihn anstupsen Seid ihr schon drauf? Nein, wieder vier Balken nur Ja, bei mir auch Weil Lolli wieder irgendwas macht Ja, ich mach gar nichts, ich bin einfach am Connecten Connecte mal schneller Ist Annel überhaupt da? Ja, Annel ist auch da Ey, das macht richtig Bock mit euch Leute, ihr seid so ätchen Ja, wir können auch bald Matchmaking spielen Bald Ja, ich hab doch geschrieben, Liest du meine Nachrichten etwa nie? Ich hab alle Dings aus Hier, wie heißt das, Einblendung Soweit man es jetzt go sieht, sind alle weg Ja, das was du mir geschrieben hast, das hat er mir auch selber geschrieben Achso, okay gut Achso, auch wenn es Tolga und Lukas da geschrieben Ne, aber halt die Variable Die Variable Die Variable Y hat er ausgetauscht Ja, lass spielen mit Tolga und X Und dann hat er die Variable X ausgetauscht Ja, okay Ich muss A machen Es ist eine globale Variable Mit Public 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 Einfach aus Einfach global Ah ja, die Map ist gut Weil Da kann ich gut snipen Oh, ich hab die Map ist auch geil Und hier hat man, hier hat man, hier hat man glaub ich überall High FPS Ja, komm, hängt ab Ne, bei vielen Maps, ich hab übel gute FPS Und dann, wenn ich an ne Wand gucke, auf einmal 30 Wo ich mir denke, hey, da ist gar nichts an dieser Wand Was ist los? Ja, ne, das Ding ist, was dahinter ist Du musst mal, wenn du Spectator bist, gucken, was dahinter ist Junge, das ist ja das 2 Ja, aber wer baut solche Maps? Das ist ja das 2 Das sind fast alle Maps Ja, ist kacke, offiziell Ja, das ist auch Wenn jemand ne Sniper findet, ne, ist meine Wenn jemand ne Sniper findet, verschweigt es einfach Allein die Frage, wer bist du? Wenn jemand nen großen Penis hat Ja, bitte, wieso? Ich nicht Ich brauche den ganz schnell Traitor, 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 Traitor Ich hab eine, ich hab eine Ich hab wieder die S4 S, S, S4 Ey, sag mal, was schließt du mich an? Ne, ich hab immer ne Sniper Wofür hab ich ihn nicht mehr auf meiner Waffe, wenn er da noch nicht mal durchgeht? Björn, hast du mich grad angeschossen? Hab nur ne fucking Dings, du wurdest von ner Shotgun angeschossen Ich wurd grad von ner Shotgun angeschossen, warum? Tolga, schon auf Karte So, Tolga, wo bist du? Ja, bei mir Oh, fast wär ich runtergefallen, Alter Ich hab allerdings, ich hab jetzt leider nichts außer ne Sniper Wie ist ein Kuso gestorben? Ey, ne, doch, das war richtig Oh fuck, hier ist einer, hier ist einer Oh fuck, ein Traitor Ich hab die Vector, das ist Bio 2 Hey Pokémon, wieso bist du hart? Da hinten ist noch einer, da hinten ist noch einer Ich, ich wurde angeschossen Ich glaub ich weiß, ich glaub ich weiß von wem Weißt du warum ich hört? Weil alle mich hassen, Alter Ja Weil du so sexy bist oder? Oh fuck, wer ist er denn? Herr Detective, ich glaub ich weiß, wer der Traitor ist Ja, ich weiß, ich weiß auch wer Traitor ist, keine Sorge Ich hab die fucking Sniper in der Hand Ich hab die fucking Sniper in der Hand Ja, weil das hättest du auch nicht wechseln können, ne? Ja, ich auch ne, Alter Also das ist Lukas Weil, Annel oder Annel, sonst kann niemand snappen Nein, sexy Annel ist es Nicht der Annel Ach sexy Annel, ja, er steht Niko, schießt auf mich Niko, schießt auf mich Der Junge Der ist hier oben, Jungs, der ist hier oben Ja, ne, doch nicht Er ist, er ist hinter den, äh, Hecken Hinter den Hecken? Ja Also von dir jetzt, da gleich rechts Ist es Annel? Ja, und jetzt links Ja, und jetzt rechts Also ich hör mir wen anders, Alter Ey, bist du behindert? Ey, das ist so unfair, ne? Ich wollt, ich, ich war schon mit dem Crosshair auf, auf, auf Lollis Kopf Ich wollt grad abdrücken, plötzlich sterb ich Ja, von mir Ja, von mir Ja, da hättest du mir wenigstens noch eine Sekunde geben können Alter, nächstes Mal random kill ich Kuso direkt, ey, da Boah, aber ich hab Kuso, der stand da so am anderen in der Map Und ich hab ihn direkt rausgenommen Ey, das war so satisfying, Alter Ja, Mann, einer weniger Ja, ich hab ja